Als Architekten und Bauingenieure gestalten wir unsere Lebenswelt nachhaltig. Wir bauen mit am Fundament der Zukunft und beeinflussen so kommende Generationen, gerade wenn es um Themen wie Klimawandel und Digitalisierung geht. Ein Studium bei uns an der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen vermittelt dir mit viel Praxisbezug alles, was du für den perfekten Start ins Berufsleben benötigst. An unserer Fakultät, kurz FAB, gibt es die Bachelorstudiengänge Architektur, Bauingenieurwesen sowie Bauingenieur digitales Planen und Bauen. Vor Studienbeginn musst du ein paar Voraussetzungen beachten. Wichtig ist ein geeigneter Schulabschluss und die mehrwöchige Praxisphase, die du in der Regel in einem Bauunternehmen absolvierst. Möchtest du Architektur studieren, durchläufst du zudem noch einen Eignungstest. Das Studium an der FAB ist sehr praxisorientiert. Das heißt, dass es neben den klassischen Vorlesungen auch Projektarbeiten im Team sowie verschiedene Praktika gibt. So bekommst du einen guten Einblick in die Berufswelt, kannst Gelerntes direkt anwenden und zudem Kontakte zu künftigen Arbeitgebern knüpfen. Während deines Studiums lernst du die relevanten Soft- und Hard-Skills für den Beruf als Architekt kennen. Dazu gehört auch das Bauen von Modellen sowie das Zeichnen von Hand und am Computer. Das Bachelorstudium an der FAB umfasst acht Semester. Dadurch hast du bereits nach zweijähriger Berufserfahrung die Möglichkeit, in die Architektenkammer aufgenommen zu werden. Doch nicht nur das macht die FAB besonders. Es ist auch die familiäre Atmosphäre und unser Bestreben, immer am Puls der Zeit zu bleiben. Aus diesem Grund gibt es viele Exkursionen, studentische Veranstaltungen und Vorträge externer Experten. Das Zusammenspiel all dieser Elemente hat Studierenden unserer Fakultät nicht nur zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, sondern sorgt auch für ein breit gefächertes und praxisorientiertes Studium, das dich bestmöglich auf die steigende Komplexität des Bauens vorbereitet. Mit dem Schwerpunkt Planen und Bauen mit dem Klimawandel stellen wir uns dabei aktiv der wichtigsten Herausforderung unserer Zukunft. Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du bei uns den Titel Bachelor of Engineering. Und wenn du anschließend noch tiefer in die Materie eintauchen möchtest, kannst du direkt im Anschluss in unseren Masterstudiengängen dein Wissen erweitern. Haben wir dir eigentlich schon erzählt, dass Würzburg die perfekte Stadt zum Studieren und Leben ist? Mitten im schönen Unterfranken gelegen mit vielen potenziellen Arbeitgebern sowie tollen Cafés und Bars hat Würzburg einiges zu bieten. Unsere Fakultät befindet sich übrigens mittendrin, nur wenige Minuten von der Innenstadt und dem Hauptbahnhof entfernt. Ein Studium an der FAB legt also den Grundstein für deine Zukunft. Wir fordern dich, bieten viel Praxisbezug, sind immer am Puls der Zeit und natürlich auch für dich da, wenn es einmal nicht so gut läuft. Für welchen unserer Studiengänge du dich also entscheidest? Wir geben unser Bestes, um dich in familiärer Atmosphäre perfekt auf dein späteres Berufsleben vorzubereiten.